Kennt ihr schon den grünen Mittwoch bei Rossmann? An diesem Tag könnt ihr zusätzlich zu den gängigen Rabatten bei der beliebten Drogeriekette noch einiges sparen. Am Mittwoch bietet Rossmann jede Menge Sparpreise für bestimmte Produkte an. Zu erkennen sind sie an dem grünen Preisschild vor dem Produkt. Bloggerin Katzwelt, die den Trick jetzt auch erst entdeckt hat, schreibt dazu auf ihrem Instagram-Profil. Jeden Mittwoch gibt es neue, extreme Rabatte. Einfach nach den grünen Schildern Ausschau halten. In dem dazugehörigen Reel zeigt sie, wie einfach es ist, bei Rossmann zu sparen. Bei den vergünstigten Produkten soll es sich um Restbestände handeln, die in nächster Zeit aus dem Sortiment der Drogeriekette genommen werden. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Sparen und sehen uns mittwochs bei Rossmann.